Mit weit über 100.000 Besuchern und rund 700 Ausstellern ist die FIBO in Köln die weltweit führende Fachmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Les Mills, der Lösungsanbieter für vorkoreografierte Gruppenfitnessprogramme und Team-Trainings, war mit einem eindrucksvollen internationalen Stand vertreten. Auf rund 300 Quadratmetern präsentierte Les Mills gleich eine Vielzahl an Highlights und Innovationen. Egal ob Live-Performance, Fashion-Show oder Geschäftstermine, die Atmosphäre auf dem Les Mills Stand war energiegeladen, mitreißend und herzlich. Neben der Fashion-Show erwarteten die Besucher des Les Mills Stands noch viele weitere Highlights. Zum Beispiel die Live-Präsentation des neuen Les Mills Programms Les Mills Born to Move. Hauptziel bei Les Mills Born to Move ist, den Kindern Freude an der Bewegung zu schenken. Insgesamt fünf unterschiedliche Kurse für die Altersstufen 2 bis 16 Jahre gehen genau auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Aus einfachen Bewegungsmustern werden so Schritt für Schritt ganze Choreografien. Anna Zahn, Programmentwicklerin von Les Mills Born to Move, erklärte den Hintergrund des Fitnessprogramms. Für die Kids bedeutet das jede Menge Spaß. Sie lernen auf spielerische Art ihren Körper zu bewegen. Ganz anders als bei herkömmlichen Kinder-Fitnessprogrammen. Denn sie sind moving, aber sie lernen, wie sie singen. Und wenn sie singen, sie auch die Sprache entwickeln. Und sie arbeiten viel mit der Imagination. Es ist also nicht wie eine normale Fitness-Klasse. Aber sie sind Jumping und sie sind Rennen, aber sie sind in der Ferritage. Diese Vorteile wissen auch die Eltern zu schätzen, zumal sie die Zeit für ihr eigenes Workout nutzen können. Und auch die Studio-Betreiber und Trainer profitieren von den neuen Möglichkeiten des Born to Move-Programms. Fitnessunternehmer nutzen das neue Programm als effektives Marketing-Tool für ihr Studio. Dass die Kids dabei jede Menge Spaß haben, konnte man auf den ersten Blick sehen. Master-Trainer Bas Hollander erklärt, welche Ausbildung des Mills Born to Move-Trainer durchlaufen. Sie machen definitiv eine besondere Bildung. Und erstens die Leute, die das Modul-Training haben eine hohe Empathie, Enthusiasme und Willenheit, den Kindern zu lernen. Und in einem 3-Jährigen-Modul-Training gehen sie durch alle Klasse, die wir gegeben haben. Und wir gehen durch alle diese verschiedenen Techniken. Und wir spenden viel Zeit, wie die Kinder in all die verschiedenen Aids-Gruppen. Und nach diesem Modul-Training können sie die Kinder inspirieren, um eine lebenslige Bewegung zu entwickeln, weil das für uns das wichtigste ist. Das ist unser Ziel mit Born to Move. Außerdem hatte Les Mills bei der FIBO 2014 noch weitere Neuheiten, wie zum Beispiel Les Mills Virtual im Gepäck. Les Mills Virtual ist eine großartige Einladung zu deinen Live-Klassen, weil die Facilität die Möglichkeit hat, diese Klasse auf Off-Peak-Timeslots zu trainieren, wo es nicht so sehr beschäftigt ist. Und für die Mitglieder ist es eine großartige Weise, das Programm zu lernen, bevor sie die Live-Klassen zu trainieren. Mit Les Mills Virtual können Studiomitglieder nach Videoanleitung mit internationalen Master-Trainern zu einem von fünf beliebten Les Mills Kursen, wie Les Mills Body Pump, Les Mills Body Combat oder Les Mills Spam trainieren. Bas Hollander resümierte für uns noch einmal das Erfolgskonzept der Les Mills Kurse. Das abwechslungsreiche Les Mills Programm trifft genau den Nerv der Zeit. Das abwechslungsreiche Les Mills Programm trifft genau den Nerv der Zeit. Das ist ein das zeigte nicht zuletzt der rege Andrang am Messestand. Ein erfolgreicher FIBO-Auftritt, der Lust macht auf mehr.